Ja und? Hat mir doch egal. Aber je mehr halt oben draufstehen, desto schneller kriegen wir die Punkte voll. Ja. Ja ja. Und hat der HTC dann ein Legallado? Guck mal, wir haben doch gleich viele Punkte, Philipp. Ja. Ja. Boah, da wurde auch seine Dinge geschmissen. So. Mal gucken wer gewinnt. Na ja. Das geht schon gar nicht. Das kann nicht sein. Ich habe jetzt vier von fünf Stiege gewonnen, aber ich bin nicht Erste. Ja vor allem, er war immer einer auch mit mir so als letztes. Ja und nö. Jetzt sieht er wie 16. Ich bin fast 50, aber das ist okay. Ja, wer redet von dir. Und was willst du damit anwalten? Dass die Aufnahme langsam auch vorbei ist, würde ich mal sagen. Oder was meint ihr? Ja, der macht das einfach. Ja. Ja, das Problem, mir macht es auch riesig Spaß, aber es gibt ja hier eine Person, die ja meint sie müsste weggehen und hat keine Zeit für seine virtuellen Freunde. Eine Moschi. Genau. Und wir wissen alle wer das ist. Kann ja nur einer sein. Der da wäre? Ja, immer der gleich. Ja, der gerade operieren soll. Du. Wer? Ja du, der da fragt. Wo? Wo ist der weg? Du hast ja keine Zeit für uns. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Ich habe natürlich auch Freunde im Real Life. Ja, Freunde, die dich verarschen. Ja. Als ob du ihn nicht ausnutzen. Richtig. So wie wir es mal mit Nico machen, weißt du? Ja. Er sagt doch nur ja. Ja, Nico. Ja und? Ja und? Nein. Wenn ihr wüsstet. Krass. Also wie lange... Du hättest es ja noch ein bisschen Zeit, wa? Weil dann können wir... Wir hätten jetzt 42 Minuten und dann können wir noch, sagen wir mal, auf jeden Fall 18 Minuten machen. Aber dann auch ins öffentliche Spiel, denke ich mal wieder. So zum Abschluss. Weil dann hätte ich auf jeden Fall nochmal eine Folge. Wir gehen mal ins öffentliche Spiel, wollen? Ja, natürlich. Ja. Dann haben wir wieder gut anderthalb Stunden aufgenommen. Das ist ja immer so unser Ziel. The Limit oder wie auch immer. Ist grad ziemlich wahr, aber... Mal machen, ne? Also ich denke mal die nächsten Folgen, je nach Zeit, wie wir alle Zeit haben, können wir dann auch mal ruhig länger aufnehmen. Weil je länger wir aufnehmen, desto weniger müssen wir dann danach. Am Wochenende, oder? Ja, ne, am Wochenende nicht mal so unter der Woche. So mal drei, vier Stunden. Das geht ja, klar. Ich bin dein Vater. So, jetzt wäre es natürlich auch noch schön, wenn die auch noch aus dem Post starten. Wo bist du? Gut, ich hoffe, ich bin. Ich bin am Afterway. Du bist noch... Was machst du da? Was machst du da? Möbelkauf! Nico, du kannst auch nicht so sein, als am Afterway, weil... Du bist da! Ja! So, rotes Klopstar, oder? Ja, oder? Wo? 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 Marcia, du gibst mir da ein Tickdown! Eben! Ja, für sollen! Grün ist P 39. Alles klar. Und gelb, der Freaky! Jo, wenn die jetzt mal einen Spiels starten wird es cool. Und wir haben labels wieder... es ist freier Modus ja aber die Kinder es ist ja auch nichts wer ist denn Horst? ja, ich kopf da äh, kann er was? nein, nein doch nicht was bin ja nicht mal ich wo bin ich hier, Alter? in Fairhaven schon die ganze Zeit, aber ich würde sagen, wir nehmen uns den Ari, oder? so schön beschissenste Karre überhaupt ja, welchen? ja, den oberen oh, ach alles klar beschissenste Karre, die es überhaupt gibt aber die nicht mehr ja, schnell wie eine Wand kam und schnell kaputt das würde ich erst ja klar, er kommt wieder mit seinem Behinderten ach wer mich denn jetzt ist richtig so der hat das wild war gerade den Wagen wechseln ach so Hallichen guten Abend, the ladies wechseln wechseln über den Wolken wird Passo noch öfter sterben hab ich ihn gekriegt? ne, ich hab dich gekriegt, Alter nein ich würde sagen, wir nehmen wieder einen Wagen wo wir alle die gleiche Farbe haben, wa? ja fortfokus es geht darum, dass wir überhaupt fahren erstmal ja, das Ding hat da hier das Ding hat da hier jeder die gleiche Farbe, oder nicht? was denn? der Ariel ja, aber das ist jetzt nicht so die geilste Karre und vor allem, wenn wir wenn uns da jemand anderes anfährt hat er sofort einen Take-Dom was ziemlich blöd wäre also, Karre, Lagen, Porsche ich würde sagen, ich ne schöne Karre Maserati wir nehmen uns den Lexus, oder wie der heißt so wäre ne schöne Karre, denk ich so aber ist jetzt auch nicht so schlecht aber erst weiter hin du kannst auch während der Fahrt wechseln wo? ich weiß in welcher Farbe rot mal gucken, welche ich frei habe du hast mit Sicherheit noch gar keine, wa? glaub ich auch nicht äh, blau hätte ich noch ja, ne blau Farbe ich hab gar keine ja, oder halt in Weiß ist auch immer oh ich denk mal so im Online-Modus dass man erkennt dass wir wirklich zusammen gehören und versuchen wir auch mal untereinander keine Take-Downs zu machen sondern nur bei denen, Wolf ja, toll wenn von hinten mit 300 Einwohnern gefahren kommen ja, das ist dann natürlich ne andere Geschichte aber das sieht man dann eigentlich auch ja es geht ja darum, dass wir gut auf YouTube aussehen und nicht die, wa? dass wir als Team mit gut arbeiten können wenn wir jetzt erst mal versuchen, dass wir hier in ein Team kommen ja trotz höher, damit ich noch mal eine Tolle empfangen boah arbo ist das wieder Teamrennen? ja ok ja gut, wenn wir es nicht schaffen, in ein Team zu kommen das ist ja auch nicht so tragisch, also man kann es ja nicht ändern wo Kompulenz das ist doch dumm das ist schon mal gut, der Geldbogen ich nicht na, einfach na ich bin keine Ahnung wir haben ja, gib mir mal ein Pech ein die im Laufe und schneller und warten das dauert ein bisschen wo er nicht weiter manche Leute haben keine Ahnung was Teamrennen die Ramm einfach alle, die Ramm einfach mal durch die Ramm warst du gerade mit David oder? ja ja ich war ja ok ups ich werde kurz verraten jetzt wieder kraftvolle ups sorry doch wir sollen schon ein bisschen wieder runter 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 ey oh 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 armer Typ auf dem Gärten soll auch nicht nix ich glaub mein Schwein pfeift das glaub ich auch was ist da alles so für schöne Sprüche gibt's das find ich eigentlich cool so ein langes Streckenrennen naaa diese scheiß Bremsen von diesem Auto ne die sind so naja besser als dieser scheiß Alfa Romeo äh das stimmt ich bin Peter ooch du wirst zum Schluss sowieso wie der Erste dir kann's doch scheißegal sein da bin ich mal jetzt gespannt ja ich bin auf ab ich hab den bisschen abgelehnt Fred könnte das noch schaffen fahr mir nicht rein ah ich hab den Lamborghini Gallardo habe ich auch aber schon lange ich habe schon fahrparken damit weiterfahren oder damals einfach im wechsel wirklich anzunehmen eigentlich nicht ich denke mal mit dem lambo bis zum doch ein bisschen neller ist er dabei war und so herrlichen lammburg 1 den galan galago galago ich bin weiter du hast du dich dein team verliert ja wir sind alle erster ja nein ich war zweiter ach ach was zu fahren um äh du wohnen und amart 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 am ja auch und dann schon so zwischen den pfeil hat er war wer hat die ist das liebste ist vor allem zu Ende was nun wenn kommen ob du nur hier bist oder nicht es wird sich hier nichts ändern und nach dem Ort weiß Bescheid war eine Anleitung jetzt leckt es bei mir auch nicht mehr mit der schnellen Leitung ja nicht die haben geleckt sondern du hast geleckt das ist gewaltig wie gesagt dann denken wir untereinander bitte kein Takedown machen wir haben ja alle jetzt die gleichen Autos sollte man ja auch erkennen naja hier hat man dieser Pika da Adamada Adamada ja weil er sogar noch schneller ist als der Lambo ich habe den Lambo ok ich nehme den auch ob ich dagegen halten kann hä der ist weg bei mir das gibt es doch gar nicht der ist weg bei mir ich hatte den doch gerade noch ok wie behindert ist das denn geht ja wo war noch einmal hin Anlauf holen weit ist das rum was müssen die mir alle Pakedowns geben mal ja warum nicht dann kann die davon Punkte ja einfach die Punkte ne ja ne durch die Punkte wir sind erst da ja du zwar nicht du wirst einfach so erster ja von daher das Ding ja ja danke 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 du hast mich aber auch gut erwischt war das gegenseitiger Takedown ja hab ich dir auch angegeben ja ja perfekt war ja das war ja nicht mit Erbsicht der ich dir reingefahren bin das schweiß Adamo das Spiel auch mal heißt Adamada genau Adamada Alter du musst das richtig betonen genau Adamada 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 bestimmt so ein Scheiße kann eliminiert ich kann aufhören Vorsicht sonst ja überbietet meine 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 er gibt sich selbst Ding mit jetzt den Lambo äh jetzt den Lambo benutzen oder was mit einfach mal da soll einfach alle damit fahren wo sie können weil hier geht es ja nicht nur um die eigene Liste das sieht aber schöner aus für YouTube du weißt was ich meine optisch aber rein Datenmittel ja kommen wir den sie dann ja Lambo nehmen habe ja Lamven das ist einfach schon das ist besser das ist schön nichts das ist ja gut aber später noch da den Bogart aus dem die Leitung er kann doch nicht wahr sein die auf keine Kuhhaut ich hab irgendwie hier das höchste Level das ist doch auch den ganzen Tag du hast Urlaub den ganzen Tag richtig, du hast ja keinen Privatleben und Level, da sind nur die Leute drauf stolz, die so sich an gar nichts aufgehen können, die können ja an das nichts, weißt du? an Level, die interessieren sowieso keinen Schwein ja nein im Grunde genommen ich hab keine Zeit mehr weil ich jetzt gleich ein Losfahrer nach Land schalte geht nicht dein Internet hat wie auch dein Mikro auf Sturm stellen, ne? wäre vielleicht ne Idee so wenn man nicht unbedingt mal wissen will, wo man ich muss jetzt sowieso raus, oder? da kann ruhig ganz YouTube ja gut, dann mach noch diese Dings hier mit ja dann können wir sagen verändern wir dann langsam die Aufnahme ich geh einfach mal so an dir vorbei ey, wer hätte mich jetzt hier mit Würsten auf, ey ach so, mach ruhig eine Rede, dann komm ich doch nochmal vorbei vor allem vor allem ich war fast letzter und hab die dann alle mal so in der Liste aufgeholt ganz lustig ganz lustig dann war ich erst dann kommst du also ich sag jetzt schon mal im Voraus ähm Typ ist nur Muschi, weil er jetzt irgendwo los muss genau, weil wir wegen dir jetzt die Scheiße wenden müssen ich glaube ich dreht doch noch was ohne mich, Mädels denk an ja ja, also das ist scheiße wie der Pastor von der Art gesagt hat, wird sie durch, abonnieren, kommunizieren ich werde die Aufnahme jetzt favorisieren weil den Schwachmaten muss man sicher nicht geben so genau vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme Tschüss, tschüss tschüss